Willkommen, willkommen! So, zurück hier bei Wolfenstein, Hermlück und einem Rollstuhl. Sowie vielen Gegnern. So, und wer ist noch da? Oh, den hat es bloß zeitlich, äh... Oh, geil. Okay, okay, okay. Wow! Ich bin verwundet. Hoch! Cool bleiben. Cool bleiben. In die Eier. Okay, da ist wieder so ein blauer. Das ist der mit dem Schild. Mist. Okay, die Tür machen wir mal auf. Mist. Okay, wenn ich jetzt die... Die... Wie viel habe ich denn hier von der Waffe noch? 87. Okay, jetzt die Zeit. Sie sind verwundet. Wow! Oh! Okay. Okay, okay. Warum sage ich so oft okay? Weil es eigentlich überhaupt nicht okay ist, was ich mache. So. So. Guck mal, gucken mal hier, was... Was hier noch ist. Und wer hier noch ist. Okay. Du-dum, du-dum. Heißt vier Schuss. Okay. Du willst es also... Oh, Kopfhörer. Wie nett. Das müsste es gewesen sein, ne? Oder ist da noch einer? Hat sich noch einer versteckt? Nein. Da hat sich keiner versteckt. Sehr gut. Aber manchmal findet man hier... Ein paar Schätze. Wie zum Beispiel... Gold. So, jetzt grassen wir erstmal alles ab. Damit wir wieder genug... Waffengewalt haben. Hier haben wir 18 Schuss. Das ist nicht ausreichend. Die haben halt viel MP. Viel MP-Scheiße. Ja, dann machen wir noch die... Koffer auf. Koffer hoffen. Oh, oh. Naja, die Munitionen haben wir schon... ...aufgegriffen. Das heißt, ich habe jetzt 11 Schuss noch. Plus die im Magazin. Auf jeden Fall haben wir schon mal gespeichert. Das ist gut. Die sind ganz schön aggressiv. Hier. Nimm mal das. Hat's geholfen? Zumindestens... Zumindestens ein wenig. Achtung. Granate. Jawohl. So, was haben wir hier noch drinne? Okay, nichts, nichts. Oh, 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 oh. Okay, jetzt muss ich mal die MP nehmen. Und auf die 4. Achtung, und... Wer ist denn das? Ach, da steht noch einer neben mir. Oh, ich kann das nicht fassen. Nehmen wir lieber noch die Dokumente mit. Was haben wir denn hier? Also halt... Da ist auch nichts weiter. Der ist... Rumgehampelt. Und der ist... auch nicht mehr ganz fit im Schritt. Ah, das SGT. Das macht bis jetzt den besten Eindruck. Oh Gott, scheiß'n Dreck. Ah! Oh, komm, abhauen, abhauen. So, wo ist denn der Typ? Ist er weg? Schnell, schnell, schnell. Wo ist denn der hin? Nichts kannst du nichts. Shit. Die wären echt nicht, äh, einfacher. Darf ich das mal so sagen? Wenn sie am Irkwett haben... So, das... Das ist ja okay. Oh, die schießen das Bett zu mir. Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das... wieder besetzen. Ja, machen sie. Okay. Hab ich den erwischt? Scheint so. Hier war nix drin. Hier war auch nix drin. So, STG. STG. 28 Schuss. Ne, jetzt hab ich wieder mehr. Jetzt hab ich wieder mehr. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich die Typen... richtig erwische. So. Ah, jetzt muss ich nachladen. Okay. Oh, da sind wir noch. Okay, der kann ja gleich wiederkommen, wenn er will. Okay, tot. Nee. 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 Ja. Ich hab noch ein bisschen was. Oh. Weg. Schnell. Wo bist denn du? Oh, nein. Mist. Mist. Dieses kleine Stinkerschwein. Okay. Wir nehmen am besten... den Karabiner. Jawohl. So, und dann noch den nächsten. Vier Schuss, vier Tote. Komm hoch. Ach, Mist. Nimm das. Okay. Achtung, und? Coole Sache. Mist. So geht das auch nicht. So geht das auch nicht. Meine Fresse. Der hat mich aber auch erwischt. So, die... Äh... Brauche ich. Hier war nichts drin. Und hier war ja auch nichts drin. Okay. Ich brauche die kleine Waffe. Ja, die. Okay. Die brauche ich. So. Und jetzt muss ich gucken, dass ich den Typen... ...extrem kalt mache. So. Nachladen. Ah, brauche ich nicht. Gut. Mit dem STG... ... kann ich eigentlich ganz gut leben. So. Weg damit. Da ist der Schatten. Okay. Da ist noch der Schatten. Zeig dich. Wow. Oh, weg hier. Okay. So. Das haben wir doch schon mal ganz gut gelöst. Jetzt brauche ich die andere Waffe. Die hier. Jetzt habe ich aber nicht mehr viele von dem Schleier. Das ist natürlich Mist. Wo kriege ich denn hier Schleier her? Ich brauche Schleier. Nee, hier war nichts drin, oder? Nichts. Nichts, was mir hilft. Gibt es hier noch Schleier? Ja. Ja, da. Nee. Auch nicht. Da. Ja. Okay. Jetzt habe ich Schleier voll. Jetzt gehen wir nochmal hoch. Und machen dem Typen den Garaus. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht in dieser Folge hinkriegen. Oder? Das wäre doch gelacht. Das sehe ich genauso. Hä? So, der eine Typ ist platt. Okay. Lass uns von dem mal nicht beeindrucken. Nehmen wir einfach den nächsten. Wo ist er? Ha, 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 ha. Stirb! Das gibt es doch nicht. Weißt du was? Ich gehe nochmal runter und hole mir nochmal einen Schleier. Na klar, das machen wir jetzt einfach. Weil ich ja nicht weiß, was mich da noch erwartet. Weil der war schon echt heftig. Ich hätte natürlich auch ein Schutzschild nehmen können. Aber Schleier. Das ist auch keine schlechte Variante, oder? Wo war denn der? Wo war denn der? Ja, hier. Okay. Jetzt kann ich wieder zurückgehen. Sehr schön. Ach, mit Kopf. Mit Kopf. Hier hoch. Und jetzt schon habe ich... Habe ich genug. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht nochmal gegen so einen Typen kämpfen. Weil die finde ich schon ein bisschen ätzend. So, wir gehen jetzt einfach... Was ist denn das hier? Achso, nichts. So, jetzt da rein. Und jetzt gespeichert. Sehr gut. Da kommen schon wieder solche Typen. Ich merke das doch. Hau, Jungs, so läuft das nicht. Jedenfalls nicht mit mir. Der American ist hier. Ach, nehm doch das. Ich kümmere mich mal um meinen anderen Kram. So. Wie findet ihr das? Ah. Da oben. Okay. Alles klar, alles klar. Alles unter Kontrolle. Ich muss nochmal hoch. Haha, Massengrab. So. Hier stoppt niemanden. Den Herrn Lück. Der Herr Lück ist unstoppable. 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 Stoppable. Ist das klar? Wenn jemand einen Lück stoppen will, dann sollte er es gefälligst vernünftig tun. Und zwar mit einer Granate. Achtung. So. Stell ich mir das vor. Haha. So, jetzt kann... Au. Ah. Ah. Oh nein. Oh, das gibt es doch nicht. Tot. 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 Jetzt hat er ein Schutzschild. Jetzt hat er ein Schutzschild. Und jetzt nicht mehr. Okay, jetzt wieder. Wir nehmen jetzt die Zeit verlangsam. Dann ist er tot. Stimmt's? Jawohl. Wow. Ich muss hier lang. Oh. Was für ein fieser, kleiner... Kniff. Oh Gott. Oh, zum Teufel. Ah. Information sammeln. So, wo bin ich jetzt hier reingeraten? Oh, so ein dicker Typ. Meine Fresse. Was ist denn das hier? Das ist jetzt... Ah, guck mal. Nee, hier kann ich nichts machen. Gut. Hier muss ich mich... Durchkämpfen. Mal das werfen. Jetzt ist mir auch nichts. Okay. Jetzt bin ich etwas überfragt. Ich glaube, ich muss da lang gehen. Dann hier nochmal. Und dann hier durch, oder? Nee. So. Das ist schon die Tür. Dann so. Dann so. Dann so. Ich kann aber hier nichts machen. Warte mal. Ich gehe nochmal zurück. So. Dann würde ich jetzt hier nochmal diese... Nee. Jetzt ist alles weg. Komme ich denn hier lang? Komme ich nicht. Ich muss die jetzt hier lang. Kann aber nichts machen. Muss ich das... Vielleicht zerstören? Ja. Dann kann ich hier lang. Ah, gucke. Spiel gespeichert. Okay. Fantastisch. In diesem Sinne... Ha. Fetzt. In diesem Sinne. Vorsicht. Vor Elektronikschäden. Bye, bye. Bis dann. Tschüss. Herr Lücker, der Glück.